Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingestellt habt bei einer neuen Folge, den Sims 4. Gut, eines Satinen Instruments im Orchester. Okay, okay, okay. Ich kann mich ganz schon erinnern, dass ich das nicht so gewollt habe. Naja, egal. Okay, dann mach das mal. Ja, mach mal ein bisschen. Vielleicht wirst du ja besser. Ich fange jetzt an. Ja, komm vorbei. Ja, komm. Rein bitten. Wo war denn? Ist mir auswahlbitten zu gehen? Ja, gut, geh einfach rein. Dann musst du angespannt. An Sammler verkaufen. Und? Äh, nochmal hier üben. Oh, jetzt ist es fertig. Jetzt ist es weg. Wollen wir hier Komödie im Fernsehen angucken. Jetzt versuche ich doch noch ein paar Punkte zusammen zu kriegen. Kanal wechseln. Kanal schauen. Komödie. Das war's doch. So, nochmal hier. Okay. Du musst aber auch, glaube ich, bald nämlich so arbeiten, oder? Hä? Jetzt war ich schon ein bisschen Arbeit. Klassisches Gemälde machen wir das. Oder? Jemanden küssen. Erfolgreichen Witz erzählen. Genau, erzähl nochmal Witz. Lustig. Äh, jemand braucht jenen. Komm, erzähl doch mal Witz. Ausschalten. Na, erzähl doch mal Witz. Über Schuhe. Ja, hat's geklappt. Jetzt sind nicht mehr da, aber komm. Ja, hat's geklappt. Piff Dravoi. Snairs. Pipped up Fwensi. Hä? Kimba. Sonze Brista. Lustig. Prüben wir es nochmal. Witz über Pinguine erzählen. Ja, war geklappt. Tränen wir uns hier runter sehen. Ja, ja, komm, die Fähigkeit. 100. Witz wohl halt, na gut. Wo haben wir denn die Fähigkeiten? Fähigkeiten? Oh, guck mal hier. Ich fass um, ne? Äh, trotzdem können wir jetzt eine Möglichkeit, ich komme hier aufs Mikrofon, die ich freigeschaltet. Okay, sehr schön. Fick ist, bin ich eigentlich auch auf acht. Hey, Yun. Keine Arbeit, Geschicklichkeit. Klar, hier kann ich auch noch aufbringen. Logikmalerei. Mixen, Schellen, Widerstimmung. Also, da gibt's noch jede, jede Menge, da was zurückzubringen. Okay, tschuld. So, bleib mal alleine bei mir zu Hause. Alles klar. Aber da kommt auch die Hausherrin. Und wie geht es der Hausherrin? Bisschen leicht angespannt. Okay, machen wir mal hier. Was hast du denn hier? Streichspiel. Jo, machen wir gleich Streichspielen. Kannst du erstmal hier ein Problem hinten auch nehmen. Du bist ja eine freundliche Person, da kannst du auch gerne komplett mit dem Outfit machen. Ja, dein Trenchcoat sieht ja sehr gut aus. Ja, du hast so einen guten Trenchcoat. Der hat so schön deine Augen geta... Okay, der sieht aus wie ein Mülleimer. Und erinnert mich an Lama. Ich finde dich so zu ko-süß wie Lama. Wie Lama. Funk so schön wie eine Schallplatte. So, komm. Spiele in Röben. Kann man auch noch machen? Sag, ihr Kampf die Punkten. Er frisst schon in die Geschichten ziemlich übel. Oh, was ist das hier so? Reden üben? Nee, kann ich nicht tun. Warum kann ich das nicht? Okay, das war's auch schon. So, hier. Mit Mike Lodon. Streichspiel. Klubbesuchung. Spiele ohne Computer. Spiel spielen. Spiele auch so eine Soccer Queen. Okay. Dann sind wir wieder oben. Und ich hab dann nämlich eine lustige Idee. Na gut, das ist lustig. Und hier. Dann müssen wir Geld verdienen noch. Weil wie gesagt, da muss echt mal Zasta jetzt reinkommen. Also wir sind schon bei 62k. Aber wenn ihr jetzt gleich die Rechnung bekommt, dann sind wir wieder so 2,5 wieder weg. Ja, das kenne ich halt auch noch gar nicht. Oh, Meisterwag. Ähm, kritische Urteilen an Kunstgalerie verkaufen. Natürlich. Hau auf. Hallo, aufhören. Wir brauchen Geld. Und wie viel bringt der ganze Spaß? Ja, möchte ich gerne. Wow, 5k, meine Freunde. Ja, 4,5. So, machen wir hier nochmal selbst. Ich hier das Gemälde. Vielleicht kriegen wir da nochmal Meisterwerk raus. Das sollte man vielleicht auch mal mit Green, wenn er nicht alle Fähigkeiten oben hat und so mit denen dann halt so Lieder schreiben. Kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Dann können wir mal wieder ein bisschen vorspuren. Ich kriege ja wieder Meisterwerk. Und schon wieder Meisterwerk, sehr schön. An Kunstgalerie verkaufen. Natürlich, weil ich... Okay, 2,5k. Also 2,2. Nee, kein Mittagessen. Machen wir noch ein Billchen. Ein Billchen, ein Billchen wir noch haben. Selbstliches Gemälde. Ja, mit ihr kriegen wir da auf jeden Fall Geld rein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ah, das ist wieder die Katze. Okay, oh, das ist schon wieder zu Hause. An Kunstgalerie verkaufen. Mach das mal. So, und wie geht es mit meinem Freund Green? Oh, der hat Hunger. Natürlich machen wir da öffnen. Ein Gericht nehmen. Yo. Sehr schön. Ja, wollen wir trotzdem noch ein Gericht nehmen. Könnt ihr zusammen essen. Und unterhaltet euch doch mal. So, was haben wir hier mit Schocker? Greenie Greenie? Wutze schreiben. Malzer kochen? Nee, haben wir schon... Cool. Bam, bam. Oh, Binge! Schön, ich so gesagt. Ja, es kommt alles mal hin. Freundlich. So, und mal ein bisschen... Schämisch. Ein Fug. Absurdes Gericht. Tollbreit. Mach mal hier. Ja, ja, crazy. Streichspielen. Und Fug. Auswahl. Was haben wir denn hier? So viel Streichspielen. Verbrecher-Kumpane werden. Ja, komm, das ist irgendwie blöd. Nein, sims in den Lausch kennenlernen. Klick auf und dann weg auf die Lausch, um sie zu besuchen. Okay. Geht auch irgendwas los. Schämisch sein, da kann man nur noch mal eins. Und Fug. Ja, erschrecken. Schreckst du mal. Ja, ich muss sie so beide leider wieder ins Bett schicken. Ja, warte mal. Hallo? So, Unfug, ja. Kuscheln, beide bloß so rum. So, komm, mach mal hier. Oh, Lumburg. Oh! Ishi. 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 So. Der möchte nicht duschi duschi. Hm. Komm, wir schlafen Zeit auf uns reden. Schlafen Zeit. Wird davor duschi duschi machen. Pfeiler haben wir gegessen. Hallo. Zensiert. 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 Oh, zensiert. Ja, fiel da rein. Wie ein Champion Piesel. Machen wir so. Genau, duschen. So, dann haben wir nicht beides abgedeckt. Dann darfst du auch gleich ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal... Ja, komm. Kurz aufwischen. Ups. Das ist die falsche. Geh mal schlafen. So, wir müssen morgen wieder arbeiten. Oder? Ja. Heute muss er arbeiten. Und Mademoiselle. Da lohnt es auch ins Bettchen gehen. So schlafen. Hat mal wieder frei. Nur da bei ihr, da kommt er richtig ruhig rein und so durch die Malerei. Das ist schön, das ist richtig schön. Das kann ich ja richtig gut ausnutzen. Bist du schon wieder wach? Okay. Dann wollen wir hier öffnen. Ein Gericht nehmen. Und du öffnen. Ein Gericht nehmen. Jo. Ich habe ein Computer spielen. Was soll denn das? Ja, ich spiele auch in die ganze Zeit Computer. Okay, mache ich halt schon. Hm, na. Kann man hier mal besiegt, ein bisschen vorschulen. So. So, ich knudel. Ich habe da ja eine bessere Idee. Beide Sachen wieder auch noch umbekommen. Okay, jetzt schwimmen wir mal bis vor. Hatsch, hatsch. Schleller. Ich bin schon wieder am Fußstücken. Dann werde ich schon wieder beim Bühnen spielen. So, also Spidle Blitze blank sauber. Ja, machen wir Techtel-Mächel. Und sie wartet schon. Jumbo-Busch. 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 Oh, Robber. Ach, da wieder. Kind mit Green machen. Ja, ja. Das dauert halt alles noch. Okay, Frau, ihr kennt ja das Spiel. Alles zensiert. So, gucken wir uns mal die Straße an. Wie viele Leute da unterwegs sind. Das ist die Carina, glaube ich, wieder, ne? Nur wieder am Joggen. Richtig krass ist sie da auch. Richtig fit und so. So, so. Christian Winter, Senior. Sermans, Senior. Sind ja alle auf der Erde wieder so alt. Ich stelle mir wieder alle aus, oder was? Ich will wieder neu nachladen. Ja, das ist das andere Haus. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Sehr gut. Freude, geberascht. Es ist natürlich immer schön. Verwenden. Duschen. Und hier mit dir. Zur Inspiration. Jingle schreiben. Lied schreiben. Wenn ich jetzt mal hier ein Lied schreibe. Wie lange dauert es? Und was haben wir denn hier? Kokettes Gemälde beginnen. Machen wir natürlich mal. Ist natürlich auch schlecht in der Kunst. Aber ist es ja egal. Vielleicht bringt es ja was. Und da kann ich dich ja später nochmal. Was haben wir hier? Wir schalten nochmal. Ich habe schon so Egnudeln. Ja. Was ist ja, ist mal der Bildchen fertig. Und dann gucken wir weiter. Baby mit Queen machen. Weg. Weg. Wir sind noch nicht dazu in der Lage. Kennenlernen. Was haben wir hier? Queen flirten. Ja, Freundschaft schließen. Gelernt. Ich werde niemals kennengelernt. So. Was kann ich jetzt nicht mal mit ihr machen? Genau. Auf. Oh Gott. Oh Gott. So. Vorstellen. Klappt das noch? Ja. 2000. Na? Rechnung bezahlen. Tun wir die Rechnung bezahlen. Das erotische Austausch. Hallo. Was ist das mit der? Ja. Fragen wir die doch mal nach der Karriere. Postwende bei der Postlauge. Marbithorby. Warte, die ist erwartet. Komm, wir sind noch feuchtig. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was ist da los? Ah, Gorba. Lanar. Hier im grünen Ansammler verkaufen natürlich Knodeln Ein paar soziale Interaktion machen Romantik war das glaube ich immer Knodeln Ja Ein paar Aktionen mit ihrem Charlotte plaudern Auch wenn die mich... Yo Jetzt packte ich mich da voll keine an Hör mal gemein Vorstellen Und hier Umarmen Mehr Auswahl Flirten Jetzt wollen wir jetzt nicht jemand erschrecken Oh Können wir nämlich auch noch machen Oh Hier haben wir hier Wir müssen anbieten Mehr Auswahl Lustig Umarmen 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 Freude schließen Ok Freunde Ja dann war es schon wieder von dieser Folge Jetzt machen wir aus Green auch noch maler Mal sehen wie es weitergeht Das erfahren wir alles in der nächsten Folge Bis dahin